Zerstöre Alien-Bäume. Das ist eigentlich eine mega einfache Aufgabe, aber es gibt halt mehrere Orte und mehrere Möglichkeiten automatisch für euch. Und zwar der erste mögliche Ort ist hier The Aftermath, also der Mittelpunkt der gesamten Insel oder der gesamten Map. Dort gibt es halt entweder diese kosmischen Bäume, die ihr im Thumbnail seht, oder eines dieser Bäume zumindest, oder ich glaube, es zählen auch diese violettgefärbten Bäume. Ihr könnt beides mal versuchen, aber ich persönlich glaube, dass die erste Option halt viel wahrscheinlicher ist zu funktionieren oder einfach funktionieren wird, weil es Alien-Bäume sind und die Bäume, die einfach nur violett gefärbt worden sind, sind eben nur Bäume von uns, also von der Menschenrasse, die einfach nur violett wurden. Aber probiert gerne beides mal aus, wenn der Auftrag online ist oder für euch freigeschaltet. Danach gibt es hier die Option, Bäume zu zerstören unter Pleasant Park, rechts neben Pleasant Park, links neben dem Obstgarten, in der Nähe von Horny Complex und Dirty Dogs. Danach noch hier in der Nähe von The Aftermath, also rechts davon, und dann noch unter Horny Complex. Hier bei diesen Orten könnt ihr eben versuchen, fünf Alien-Bäume abzubauen oder zu zerstören, damit der letzte, nein, der vorletzte Auftrag von Woche 6 für euch abgeschlossen ist. Und ich hoffe, ich kann euch dabei helfen. Ich glaube auch aber, dass beim Holy Hatchery Ort, derzeit ist er für mich noch nicht online, weil ich Videos halt vorproduzieren muss, weil ich schon im Urlaub bin, gerade wo ihr das Video seht, aber in Holy Hatchery werden auch neue Alien-Bäume zu finden sein. Deswegen könnt ihr das auch dort versuchen, dass es ja dieser Ort hier, der später noch, wie gesagt, zu Holy Hatchery wird. Abonniert doch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um immer benachrichtigt zu werden, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, Freunde, und viel Spaß!